Sie kann es lesen. Wieso ist es jetzt auf diesem, achso, einschalten, alle. Erstmal benutzen, äh, benutzen, Snäcke essen, Müsli, und dann, weil sie hätte eigentlich vorher duschen können, aber egal, gibt sie erstmal hier Snäcke essen, Müsli, dann kann sie ja mal hier danach benutzen, duschen, und dann keine Ahnung was tun. Achso, sie kann danach, obwohl sie hat noch genug Spaß. Mit ihr werde ich schon noch was machen, was ihr Spaß bringen wird. Du musst sie halt morgen, oder so. Ja, komm, es ist schneller, Leute. Jetzt spüren wir wahrscheinlich auch noch ab. Ne, gut, sehr gut. Ja, komm, lass gut sein. Ja, komm, Alter, riecht dich ab. Die Duschen. Gut sein. Ja, komm! Oh, meinst du, lass was machen? Oh, was du dann machen? Oh, du dranmachst. Einheit! Geht dahin! Geht dort! Was macht sie überhaupt? Jemanden chatten! Ist ja klar! Geht wenigstens ihr Sozial und ihr Spaß! Spaß hat sie eigentlich genug! So... Kann sie ja noch dieses Scheiß... Kann sie nicht! Okay! Alter, verpiss dich! Sie muss zocken! Die Curse of sie ist zu erschöpft, um weiterzumachen! Äh... Computerspiele spielen! Und du verpiss dich mal! Hier hingehen! Wieso ist sie so schnell müde? Ich tick das gar nicht! Nein, sie ist auch... Fuck! Fail! So... Hat sie jetzt... Nein! Bin ich aus Böse! Du gehst jetzt... Bett von Sieglinde... Schlafen! Kannst du morgen früh zacken! Ich habe aber gleich auch schon genug Sims aufgenommen! Langsam komme ich hier auf irgendwie die Langeweile und lehne mich immer mehr zurück! 50 Kilometer weiter weg vom Mikro! Das merkt man wahrscheinlich auch! Extrem! Oha, die Arme! MAMU! Kack! MAMU! Kack! MAMU! Kack! MAMU! Kack! aussäubern nein nutzen duschen schlafen ist hier mal ruhe ich glaube wenn sie jetzt schlafen geht mache ich auch mal mein aufnahmepäuschen oh mach schneller oha sie geht um 23 irgendwas knacken sie sollte ja morgen auch richtig abkacken so wie gesagt jetzt mein angekündigtes aufnahmepäuschen speichern und beenden sims 3 wirklich beenden ja spiel benennen tja tschüss liebe leute und bis zum nächsten mal viel spaß noch beim zocken oder was auch immer ihr tut tschüss oh scheiße dauert das speichern lange dachte schon das wäre jetzt schon fertig wollte gerade schon irgendwie ja es dauert es dauert es dauert noch mal schneller ich habe schon die lade sequenz gekattet also bin ich nicht so nett und hatte das speichern nein ich nicht